Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Bei dem ständigen Versuch, mit allen Bemühungen zu mehr Wissen im Bereich der Gesundheit zu kommen, stößt man immer wieder auf erstaunliche Blüten. Dieses Mal ging es dem angesehenen Arzt und Forscher Dr. Raimund von Helden im Zusammenhang mit Vitamin D in einem Sternbeitrag so. Also ich rede von dem Magazin Stern. Dieser Sternbericht stützt sich auf die Stiftung Warentest. Da werden eigenartige Behauptungen und Hinweise, ja sogar Warnungen ausgesprochen, die mit der Realität und gar erst mit der Wahrheit wissenschaftlicher Erkenntnisse nichts zu tun haben. Mir persönlich ist Stiftung Warentest schon öfter aufgefallen, Wie ist mir Stiftung Warentest aufgefallen? Das beeinflusst sich hier in dem Beispiel schon damit, dass Sie, die Stiftung Warentest, sich auf die Deutsche Gesellschaft für gesunde Ernährung stützt. Jemand, der sich mit Ernährung beschäftigt, dem ist die DGE, also Deutsche Gesellschaft für gesunde Ernährung, längst suspekt. Aber sehen Sie, wie Dr. von Helden, der den Sternartikel zu Vitamin D analysiert, wie es ihm ergangen ist. Seien Sie aufmerksam, es gibt viel zu staunen, aber auch zu lernen, zu dem wichtigen Kapitel Vitamin D. Hallo und guten Tag, ich befasse mich heute mit dem Sternartikel Warentest warnt vor Vitamin D. Da wird einiges behauptet und das sollten wir jetzt mal nachlesen. Sollte nicht einfach auf Verdacht geschluckt werden. Hier wird das Fazit gleich vorangestellt. Ich sage, warum eigentlich nicht. In skandinavischen Ländern wird Vitamin D von den Ärzten an die gesamte Bevölkerung ausgeteilt. Die Menschen sollen es nehmen. Sie haben begriffen, dass sie sechs Monate kein Vitamin D bilden können. Also muss es genommen werden. Eine ganz einfache Sache. Die Wahrscheinlichkeit, dass man im Mangel ist, ist sehr hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gut versorgt ist, die ist sehr gering. Also sollte man es nehmen. Das Vitamin soll Krebs vorbeugen und so weiter. Depression, Skepsis ist angebracht. Gut, das ist natürlich eine seltsame Aussage. Skepsis ist immer angebracht. Also, wenn Sie mich hören, seien Sie auch skeptisch. Aber das ist eine sehr weiche Formulierung. Vitamin D gibt es in Flaschenform, in Orangensaft. Das habe ich überprüft. Nirgendwo konnte ich Orangensaft mit Vitamin D finden. In Deutschland ist das, glaube ich, gar nicht verkehrsfähig. Es wird nicht zugelassen. Winterzeit gerät Vitamin D in Stocken. Hier ist eine wahre Aussage. Und die Vorräte ist unterschiedlich. Das ist auch so eine, ja, die Menschen sind verschieden. Eine Phrase, ja. Aktive Menschen haben bessere Reserven. Auch eine Phrase. Das tut nichts zum Thema bei. Vitamin D erlebt einen echten Hype. Und das ist hier so als Warnung formuliert. Seien Sie vorsichtig. Ja, nachher bekommen Sie noch das, was der Körper dringend benötigt. Also, bis hier nur Stimmungsmache. Was stimmt wirklich? Ist Vitamin D tatsächlich ein Gesundheits-Allround-Talent? Und Stiftung Warentest geht dieser aus dem nach. Gucken wir uns nachher an, was die da schreiben. Und weder Krebs, Diabetes noch Herz- und Kreislaufkrankheiten vorbeugen. Und ich sag mal, dann sagen wir doch mal was. Gucken wir doch mal nach, was die Wissenschaft dazu sagt. Und fragen doch einfach mal, in der größten amerikanischen Datenbank, was ist mit Vitamin D und Cancer Prevention? Ja, wie viele Fundstellen haben wir denn da? Das sind 1842 Studien, die hier sich mit befassen. Und wir sehen auch, dass zu diesem Thema einiges schon publiziert worden ist. Wenn man es sogar auf den Zusammenhang mit Krebs einlässt, dann sind das 9000 Studien. Und Stiftung Warentest, die jetzt gar keine medizinische Zeitschrift ist, sagt mal eben so, ja, wir haben die 9900 Studien durchgeguckt. Da ist nichts zu finden in dieser Richtung. Und jetzt gucken wir mal an, was Diabetes, das wird schon hier vorgeschlagen. Da sind es hier nur schlappe 4800 Studien, die sich mit diesem Zusammenhang befassen. Und ich sag mal, ein bisschen vordergründig argumentiert, einfach zu sagen, es bringt nichts, wir sind enttäuscht. Also man muss dann auch mal richtig testen. Schauen wir hier weiter, was Stiftung Warentest sonst noch auf Lager hat. Problematisch sind Dosen ab 4000 Einheiten. Das wird hier nicht näher begründet. Diese 4000 Einheiten gehen auf eine sehr oft kritisierte amerikanische Institut zurück. Und ich sag mal, vergleichen Sie es einfach mal mit Geld. Also wenn ich jetzt sage, also das Einkommen ist gefährlich für Sie, wenn Sie mehr als 4000 im Monat verdienen, dann wissen wir nicht, was Sie dann mit diesem Geld machen. Dann, ja, stellen Sie vor, Sie haben auch dann ein Jahr gearbeitet, der Arbeitgeber war fast pleite, hat die nicht ausgezahlt. Und dann haben Sie natürlich noch eine Forderung gegen den Arbeitgeber von 48.000 Euro. Dann muss das nachgezahlt werden. So ist das im Körper auch. Vitamin D wird eingespeichert. Wir haben den Speicher. Wird ja auch erwähnt und bestätigt. Und wenn Sie dann eine Nachzahlung beanspruchen, dann müssen Sie auch mehr als 4000 im Monat kriegen. Es geht ja nicht, dass der Arbeitgeber dann sagt, ja, geben wir Ihnen 4000 jeden Monat. Das muss dann auch gut sein. Also Sie haben dann auch Nachholbedarf. Also diese 4000 hier einfach als Bollwerk hinzustellen, ist einfach Blödsinn. Nicht auf eigene Faust nehmen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, der Stiftung Warentest möchte doch, dass die Menschen auf eigene Faust eine kritische Auffassung entwickeln und nicht dem Hersteller alles glauben. Und ein System, was eben die Vitamin D-Versorgung seit Jahrzehnten vernachlässigt hat, den dann zu sagen, ja, bloß nicht nehmen, das könnte gefährlich werden. Ein Bluttest gibt Auskunft. Ja, kann man auch online machen beim Vitamin D-Service. Und dann gibt es hier noch die Risikogruppen. Dann frage ich mal, wer befasst sich denn mit den Risikogruppen? Ja, die Schwangeren, die dann Probleme in der Schwangerschaft haben oder die Menschen mit Arthrose, Menschen mit Allergien, Leute in der Chemotherapie, die haben alle diesen Mangel. Ich sehe es von morgens bis abends in der Praxis. Ich glaube, kaum ein Arzt hat so viel Vitamin D-Spiegel bestimmt wie ich in den letzten 10 Jahren. Und da kümmert sich keiner drum. Und die müssen immer wieder als unliebsame Antragsteller auftreten. Steckt in bestimmten Lebensmitteln? Jo, etwa 10% des Bedarfs. Das sind rein willkürlich aus der Luft gegriffene Zahlen. Sie können mit diesen ganzen Fischen nichts anfangen, weil auch der fette Seefisch, das ist ja der Lachs, der kommt aus Zuchtkäfigen und die haben da praktisch kein Vitamin D. Denn das würde der Lachs dann bekommen, wenn er als freier Lachs durch die tropischen Meere schwimmt und dann Vitamin D-haltiges Plankton aufnimmt, wenn der nur in einem Zuchtkäfig in Norwegens Fjorden lebt. Dann kriegt er nur gnadenhalber übers Fischfutter was. Das ist alles Unsinn. Am besten sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Also versuchen Sie es mal. Es ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Viele Ärzte sind inzwischen Vitamin D-allergisch. Sie sträuben sich gegen die Erkenntnis, dass die Hälfte der Bevölkerung hier miserabel versorgt ist und deshalb auch viele Probleme hat. Jetzt springen wir mal zu diesem Stiftung Warentest. Das ist ja das, was hier hinterlegt ist, als wissenschaftliche Basis sozusagen. Frequently Asked Questions, jetzt aktuell am 21. Februar erschienen. Hier sind Fragen und hier schon ein Kind mit Sonnencreme. Wird hier als selbstverständlich suggeriert. Diese Botschaft, es ist die Frage. Also, Sonnencreme schützt nicht mal vor Hautkrebs, sondern verführt die Menschen dazu, viele, viele Stunden in der Sonne zu bleiben und schädigt dadurch die Haut. Und das kann dann auch diese Sonnenbrandunterdrückungsmittel nicht verhindern. Wie gut sind die Menschen mit Vitamin D versorgt, ist die erste der Fragen hier beim Stiftung Warentest. 60% der Deutschen sind unter dem Normwert und den hat man schon niedrig angesetzt. Hier 50 Nanomol, das sind hier nur 20 Nanogramm pro Milliliter. Nach amerikanischen Empfehlungen, Grassroot Health empfiehlt hier 40 bis 60. Also, man hat erstens den Grenzwert richtig runtergeknüppelt, damit sich nicht so viele als, ja, fehlversorgt sehen. Und dann sind es noch 60%. Und ich sag mal, wo ist denn hier das Problembewusstsein? Selbst wenn nur 1% der Bevölkerung irgendeinen Schaden nimmt durch Blausäure im Wasser, dann muss man dieser Sache doch nachgehen. Aber hier ist offenbar die Panik davor, dass ganz, ganz viele, quasi Millionen Menschen ihre Rechte geltend machen. Warum ist Vitamin D wichtig? Hier wird so Knochenbrüche, Stürze und so weiter geschrieben. Und neueste Studien deuten an, dass es nichts nützt. Das ist ja diese Schweizer Studie, Ferrari. Das, da hat man einmal im Monat Vitamin D gegeben, 60.000, so nach dem Motto, ja, 2.000 pro Tag. Wir machen uns einfach alle 30 Tage, geben wir dann nicht 2.000, sondern einmal im Monat 60.000. Da ist nichts dabei rausgekommen, wenn die Menschen so schwankende Arbeitsbedingungen haben und auch das bioelektrische System ständig mit rauf und runter geht. Das hat dann zu Problemen geführt. Aber so kann man keine Studie konzipieren. Das ist quasi eher zum Abgewöhnen. Stellen Sie sich vor, eine Blutdruckstudie würde sagen, Blutdruckmittel nützen nichts. Einmal im Monat 100 Tabletten oder 30. Ja, das ist genauso Quatsch. Sie gehen ja nicht hin und essen an einem Tag des Monats sich voll und 29 Tage Fastenzeit. Also, was bringen Präparate? Beugt Vitamin D auch Krebs vor? Hier wird man fündig 2014. Das ist natürlich eine veraltete Studie. Diese eine Studie, ich habe Ihnen eben gezeigt, wie viele Studien dahinter sind, die so etwas anders darlegen. Es gibt jede Menge Forschungsmaterial. Und dann kommt hier wieder mal, Sie liefern keine Antwort auf die klassische Frage nach dem Huhn oder Ei, Ursache oder Wirkung. Das behauptet also, wenn eine Brustkrebskranke Frau dann einen Vitamin-D-Spiegel von 5 hat, sowas sehe ich ja auch in meiner Praxis, dann ist das nicht die Ursache, dass sie seit Jahren keine Sonne hat, nur Stress und dadurch dann diese Brustkrebskrankheit, sondern ist es hier nach dieser Lesart so, dass die Krankheit irgendwo Vitamin D verbrauchen könne und dann, dass ein ursprünglich guter Vitamin-D-Spiegel von weiß nicht 40, woher hat sie den, frage ich mal, die wäre dann verbraucht worden durch die Krankheit, dass also der Rückzug in der Krankheit dann auch den Vitamin-D-Mangel macht. Das ist etwa so schlau, wie jemand, der nach der Testosteron-Doping-Probe sagt, ja, das ist alles Folge von meinem Training, dass das Testosteron so hochgegangen ist. Also, das ist Unsinn. Wir haben ja die Wirkmechanismen, Vitamin D geht an den Rezeptor, steuert die Zellen, wir können es im Reagenzglas auf dem Nährboden, überall können wir zeigen, dass Vitamin D eine unmittelbare direkte Wirkung hat und auch die Immunkompetenz erhöht. Und noch etwas, also selbst wenn man sagt, es sind nur Verknüpfungsstudien, wir wissen nicht, was die Ursache, die Wirkung ist. Ich sage mal, wenn Sie zwei Fluglinien zur Auswahl haben, von der einen haben Sie gehört, dass da im letzten Jahr sieben Flugzeuge abgestürzt sind und von der anderen keine. Ja, dann haben Sie Ausweis. Sie können sagen, ja, das ist statistisch, ja, das ist reine Statistik. Ich kann genauso gut mit der Absturz-Airline fliegen. Das würde niemand machen. Alle würden auf Alarm gehen und wir haben eben mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln die hohe Mortalität verknüpft. Und das zeigt meine eigene Studie zu dem Thema. Wenn wir hier bei NCBI Vitamin D mal hier meinen Namen eingeben, von Helden, dann kommen wir auf diese Studie. Zack, da ist es schon. Survival Benefit über den Vitamin-D-Status in Deutschland. Hier sehen Sie meinen Namen. Und hier sehen wir auch, dass die Sterblichkeit enorm abnimmt, wenn der Vitamin-D-Spiegel hier mal Richtung 100 geht. Und diese 100 Nanomol sind ja auch hier der genannte Grenzwert. Das sind letztendlich nur 40 Nanogramm pro Milliliter. Zurück zum FAQ. Also es gibt diese Studien, die diese Verknüpfung zeigen. Und wer einigermaßen bei Trost ist und in wem seine Gesundheit lieb ist und die seiner Angehörigen, der wird einfach das tun, was eigentlich Vorschrift ist. Den Körper mit Vitaminen versorgen und bei einem Mangel nicht zu sagen, oh, wir wissen das noch nicht. Also sie fahren ja auch nicht mit Plattenreifen los und sagen, es gibt keine statistische Studie, die zeigt, dass mit Plattenreifen mehr Unfälle zu erwarten sind. Und ich fahre so schon seit Wochen. Ja, machen Sie das. Dann werden Sie schon sehen. Wie bildet der Körper Vitamin D? Hier der Schlusssatz. Dieser Vorrat reicht normalerweise aus, um ohne Mangelerscheinung über die dunkle Jahreszeit zu kommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Einladung vier Monate in die Antarktis. Sie leben in einem Blechcontainer und forschen dann im Eis. Ja, Sie kommen aus Deutschland, da reicht das normalerweise, um ohne Mangelerscheinung über die vier Monate zu kommen. Ja, von wegen. Sie werden sich schützen, Sie werden Vorsorge treffen. Und es ist völlig egal, ob Sie im Packeis der Antarktis sind oder im Weltraum, im U-Boot oder in Deutschland. Es kommt auf dasselbe raus. Sie brauchen einfach Vitamin D. Und Sie sollten hier die Weltraumforschung nicht nur für Ihr Smartphone und Ihre Teflonpfanne nutzen, sondern einfach mal für Ihren Vitamin D-Spiegel. Wir müssen nur eins und eins zusammenzählen. Kann die Haut mit Sonnencreme Vitamin D herstellen? Ja. Das ist natürlich auch schon mal eine irre Leitung, denn es ist falsch. Hier steht nämlich, 95% wird abgeschirmt. Also toll. Auf diese 5%, die dann sich vielleicht noch bilden, bei Faktor 20, da hebt man dann ab und darauf gesehen, dass diese Sonnenschutzmittel natürlich auch durch die Sonnenstrahlen zerbrechen, klingen sie sowieso ab. Also das ist, dadurch haben sie gefährliche Metaboliten. Also Sonnencreme ist hier wirklich nicht zu verteidigen. Und wer sich eincremt, der muss damit rechnen, dass er aus dem schönsten und teuersten Urlaub ohne Vitamin D zurückkommt. Also nicht im Hotelzimmer eincremen. Und die Lösung des Problems ist, dass sie eben zu Hause und vor Antritt der Reise schon kräftig Vitamin D nehmen, um einen ordentlichen tropischen Spiegel zu haben. Und dann bräunt die Haut auch ganz anders. Also die ist dann nicht so empfindlich. Das mache ich schon seit Jahren so. Wie viel Sonne ist für die Vitamin D Bildung nötig? Gehen sie so oft wie möglich nach draußen. Das geht jetzt erstmal ins Leere. Also im Winter, jetzt wird es gar nichts bringen. Sonnenbäder ohne Sonnenschutz sind unbedingt zu vermeiden hier. Also spricht ihr eigentlich die Sonnencreme, Kosmetikindustrie oder spricht ihr Stiftung Warentest? Besonders in der Mittagszeit. Die Mittagszeit ist die beste Zeit für ihre Photovoltaikanlage. Da ist die Sonneneinstrahlung am besten. Und nur mit heißer Sonneneinstrahlung bildet sich das Vitamin D. Nicht mit so einer Sonne, die über den Berg hinterm Horizont hervorkommt. Also hier wieder eine Irreführung. Kann ich Vitamin D übers Essen aufnehmen? Ja, fetter Seefisch, also Lachs ist wohl gemeint, kann einen kleinen Beitrag beisteuern. Ich sage mal, kann es irgendwie nicht. Also es wird sich nicht auf den Spiegel auswirken. Wenn Sie das zehnmal die Woche machen würden, hätten Sie vielleicht einen Anstieg von ein bis zwei Punkten. Im Vitaminspiegel kommen Sie vielleicht von 15 auf 17. Das sind hier komplett die Illusionen. Helfen Solarien bei der Vitamin D-Bildung? Nein, es ist niemals sinnvoll, ins Solarium zu gehen. Also, auch falsch. Gucken wir hier mal beim Vitamin D und Tanning. Das ist nämlich das englische Wort dafür. Gucken wir mal, was hier für Studien sind. 116 Studien, die sich damit befassen und die auch zeigen, dass man dadurch den Vitamin D-Spiegel erhöht. Also, dieses klare Nein ist Unsinn. In vielen Fällen, wo Vitamin D schlecht aufgenommen wird, ist das sogar die Lösung des Problems. Wieso haben Hautärzte UV-Bestrahlungsgeräte? Also, dann ist das mit dem niemals auch falsch. Für wen sind Vitamin D-Preparate sinnvoll? Jetzt kann man hier die verschleierten Frauen nehmen, Leute aus Afrika. Aber ich sage Ihnen, die hellhäutigen Deutschen haben genauso das Problem. Vitamin D-Preparate sollten nicht auf Verdacht eingenommen werden. Auch das ist falsch. Wenn alle Menschen im Bunker leben, dann brauchen alle Menschen etwas, was den Sonnenschein ersetzt. Und das ist hier die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die hat sowieso die Zeit verpennt und jahrelang im Grunde unterdosierte Empfehlungen. Es sind viele Menschen, die von den Risiken und Problemen betroffen werden. Wir haben das ja mit unserer Studie nachgewiesen, dass die Sterblichkeit ansteigt. Hier trägt das DGE eine schwere historische Verantwortung. Und hier zu sagen, also bloß nicht, dann kommen wir überhaupt nicht mehr vom Fleck. Und Arzt und Patienten müssen im Einzelfall entscheiden. Jetzt kommt das mit den Kosten. Leider ist es so, harte Kämpfe im Gesundheitswesen haben dazu geführt, dass jeder Euro längst verteilt ist. Wenn jetzt eine neue Krankheit kommt, der Vitamin-D-Mangel, dann sind Diagnostik und Therapie nirgends abgebildet. Und keiner ist bereit, jetzt natürlich auf seinen bereits eingesagten Fründen etwas rauszurücken, um dann Leute, die echte Probleme haben, damit zu stützen. Also das trägt auch bei zur Vitamin-D-Allergie des gesamten Systems. Alle wenden sich kollektiv dagegen. Weil eben nicht die Heilung des Patienten im Vordergrund steht, sondern der Lauf der Finanzen. Wie hoch sollte Vitamin-D dosiert sein? Also hier geht es wieder hin und her. Säuglinge 500 Einheiten, 800 Einheiten für Erwachsene. Also ich sage mal, Säugling 10 Kilo kriegt 500. Und der Erwachsene, der jetzt 10 Mal schwerer ist, nämlich 100 Kilo. Der kriegt dann 800. Könnt ihr nicht rechnen. Das müssen dann 10 Mal mehr sein. Also mit 5000 wäre man einigermaßen im Zielbereich. Und um diese 800 gleich, völlig falsche Angabe, festzuklopfen, dann heißt es hier, Überdosierung erhöhen, den Calcium-Spiegel. Ja, okay. Wenn ich jeden Tag eine Million Einheiten nehme, dann ist es nach einigen Tagen ein Problem. Diese Überdosierung beginnt ja nicht bei 801 Einheiten, auch nicht bei 4000, auch nicht bei 10.000. Bis 10.000 gab es nie irgendwelche Überdosierungen. Es gibt ja den Bericht der Überdosierung aus Indien. Ein Kind 800 Nanogramm Vitamin-D-Spiegel. 800, wo wir jetzt hier vielleicht mal von einem Wert von 40 bis 80 sprechen. Jo, und dann hatte dieses Kind mit dem 10-fach erhöhten Vitaminspiegel eben diese Urinausscheidung Durst und Übelkeit. Ich meine, wenn man diesem Kind jeden Tag eine Million Einheiten Vitamin-D geschossen hat als Spritze, dann muss es irgendwann Probleme geben. Davon reden wir hier aber gar nicht. Wir reden hier von einer vernünftigen Selbstversorgung im Bereich von 5.000 bis 10.000 Einheiten pro Tag. Durst und Übelkeit klangen übrigens ab. Also das hat sich nicht verfestigt. Das Kind hat auch keine Nierensteine oder Verkalkung. Und das wird ja immer wieder aufgezählt. Ich sage mal, es gibt keinen Zusammenhang. Der ist auch nie nachgewiesen, dass Vitamin-D jetzt zu Nierenproblemen führt. Problematisch sind Studien, die vor Jahrzehnten immer Calcium und Vitamin-D gleichzeitig getestet haben. Da gab es Nierenprobleme. Das lag aber dann am Calcium. Jedoch Vergiftung, jedoch selten. Das stimmt dann wieder. Aber hier werden im Grunde falsche Akzente gesetzt. Risiko für Nierensteine leicht erhöhen. Auch das ist nirgends so bewiesen. Wer Nierensteine hat, sollte ohnehin Magnesiumcitrat dreimal täglich nehmen. Das schmeckt gut. Und Magnesium kompensiert eben das Calcium. Bringt es in eine elektrophysiologische Balance. Denn Nierensteine sind immer Calciumsteine. Und wenn Magnesium mehr da ist, wird das Risiko gesenkt. Das ist für Nierensteinpatienten gedacht. Hochdosierte Vitamin-D-Präparate. Wie beurteilen Forscher das nun? Ich bin ein Forscher. Ich habe Ihnen ja eben meine Publikation gesagt. Und meine Meinung haben Sie gehört. Und hier wird dann nochmal eingestreut, Studienergebnisse legen nahe, dass hohe Dosierungen das Sturzrisiko erhöhen könnten. Das geht zurück auf eine Studie, bei der man 60.000 einmal im Monat gegeben hat. Und das ist natürlich auch Unsinn. Mit diesen an- und absteigenden Vitaminspiegeln kann man natürlich auch Unsinn anrichten, dass es nicht das, was sinnvoll ist. Diese Studie ist völlig falsch konzipiert. Eine regelmäßige Einnahme von wöchentlich hätte hier deutlich bessere Ergebnisse gezeigt. Zudem konnte man darlegen, dass Leute mit höheren Vitamin-D-Spiegeln in dieser Studie auch weniger Stürze hatten. Nun, die Kommentare bestätigen diese Auffassung. Fassen wir zusammen. Hier sind eine ganze Reihe von Irreführungen über Vitamin D. Sie können nicht die gewünschte Orientierung bekommen. Und diese Warnung vor Vitamin D, ich sag mal, seien Sie gewarnt vor Fehldarstellung über Vitamin D. Denn das Neuwissen über Vitamin D hat sich noch nicht rund gesprochen. Wenn Sie eine objektive Quelle suchen und die aktuelle wissenschaftliche Diskussion haben wollen, dann gehen Sie hier auf PubMedGovernment, die größte Datenbank der Medizin, frei zugänglich. Und dann werden Sie sehen, dass hier unter diesem Stichwort Vitamin D 75.000 Studien sind. Und hier sehen Sie auch, wie im Laufe der Jahre, das hier explodiert ist, die Zahl der Studien. 4.400 Studien allein im letzten Jahr zu diesem Thema. Und da kann ich Ihnen in so einen kleinen Artikel hergehen und sagen, das können wir hier alles erfassen. Und wir warnen hier und es ist alles enttäuschend. Das sind oft Äußerungen, die den Menschen ihr Recht auf eine gute Vitamin D-Versorgung absprechen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.